Der Fräser hat ja selber Angst. Der Fräser hat ja auch schon gesehen. Das klingt ja nicht, ne? Ich mach mal was drin hier. Das ist Vollgas, guck dir da nicht an. Ne? Die wird schmeißen die Höhle über YouTube raus, ey. Das ist ja jetzt ein Angehörer, ja. Komm, geh mal rückwärts. Das ist ja noch ein Video. Mhm. Mhm. Ich glaube, der Roter muss nur warm werden, dann läuft der gut. Okay. 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 We are working with two more. Yeah, that is a winter. hat er gesagt.